Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, 18.10.2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 227 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. Beginnen wir mit Crack und AVM, Schneeräumen, Dropbox Professionals, Fall Creators Update, Surface Book 2, Kalorienzeller, Google Kalender im Web, Android Backup und dann noch Schweden, Dänemark und Finnland sowie iPhone X und iPhone in der Reihen. Beginnen wir doch gleich mal mit dem Thema, das die Technikwelt diese Woche ziemlich stark durchgeschüttelt hat. Denn der WPA2-Geschichte, also der Hack oder die Lücke im WPA2-Protokoll ist ziemlich unschön und es gibt jetzt zum Glück, wie ich gestern schon ein bisschen angedeutet habe, sicherlich dann nach und nach die einzelnen Hersteller, die mit Updates kommen. Windows hat das Ganze schon gefixt, Apple hat das Ganze schon gefixt. Bei Android darf man noch ein bisschen Löcher stopfen, die haben aber sonst noch genügend zu tun. Aber was ich dabei habe, ist AVM. Da hat man jetzt verlauten lassen, dass es nicht so ist, dass sie davon betroffen sind, zumindest so nach ersten Annahmen und auch den ganzen Dingen, die über die Lücke bekannt sind. Denn der genaue Grund dazu könnt ihr bei uns in den Show Notes nachlesen. Falls es da ein Update geben würde, wird das Ganze natürlich getestet und dann auch über uns wieder mitgeteilt. Dann das Zweite. Der Winter ist mit grossen Schritten unterwegs in unsere Richtung. Hoffe ich doch zumindest. Ich mag den Winter. Aber ja, nicht jeder. Und Schnee mag auch nicht jeder. Vor allem auf Flughäfen ist es ganz unschön, wenn es da Schnee gibt. Und deshalb muss man da teilweise rund um die Uhr Schnee schaufeln. Oder besser gesagt, Schnee wegschaufeln. Und nicht nur mit der Schaufel, sondern halt mit grösseren Fahrzeugen. Und jetzt hat Daimler ein Gerät vorgestellt oder ein Schnee. Mein Gott, wie heisst das Teil? Ein Schneeschaufelfahrzeug. Ihr wisst, was ich meine. Und die ganz speziell fahren ohne Führer. Da ist doch schon mal was im Gange. Gefällt mir. Und so könnte das weitergehen. Ich hoffe nur, dass da nie jemals Störungen mit GPS etc. Und den anderen Techniken, die da sich noch dahinter verbirgen. Ja, das könnte sonst ziemlich unschön werden in dem Bereich. Dropbox hat was Neues vorgestellt. Und zwar Dropbox Professionals. 1TB Speicherplatz plus ein paar neue Features. SmartSync, was es schon länger gibt. Und das ganz neue Feature nennt sich Showcase. Das ist, um mit Kunden besser zu interagieren etc. Wer sich dafür interessiert und auf den Dropbox Speicher setzt, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Dann bei Microsoft gab es heute endlich das Windows 10 Fall Creators Update. Und zusätzlich, ja, also bleiben wir noch kurz beim Update. Einige Neuerungen und Dinge, die ihr haben möchtet. Was genau das ist im Bereich der Spiele, ist sicherlich eine Anti-Cheat-Funktion. Heutzutage teilweise halt doch leider, ja, nötig. Und natürlich auch viele andere Dinge, die da noch mit eingeflossen sind. Was das genau ist, auch das dürft ihr im Detail dann bei uns in den Shownotes erlesen. Aber was viel interessanter war in dem Bereich, ist ein neues Gadget, was rausgefallen ist. Zwischen Update auf ihr Surface Book. Das Surface Book 2 ist nämlich rausgefallen. In zwei verschiedenen Grössen, also auch mit 15 Zoll. Neu endlich mit USB-C Anschluss. Heisst, ihr könnt es auch mobil verwenden und da auch mal irgendeine fette Akku-Packung ranschnallen. Und auch dieses Drehrad-Teil, dessen Name mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt, ist auch mit dabei. Ganz ein spannendes Gerät, das werde ich mir definitiv ein bisschen genauer anschauen, weil ich liebäugel ja schon länger in diese Richtung. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das Introducing the New Surface Book 2 Video an von Microsoft auf YouTube und überall zu finden. Natürlich auch bei uns in den Shownotes beim Dr. Windows Beitrag. Genau, ein richtig schönes Tech-Porn-Video, würde ich doch sagen. Dann gehen wir über in die Google-Geschichten. Da gibt es Kalorienzähler, die neu in Google Maps aufgetaucht sind. Google experimentiert ja immer wieder mal mit den ganzen Daten, die sie so über euch sammeln. Und hat begonnen mit den Schritten, die ihr so gemacht habt, die euch in der Google Maps anzuzeigen. Das hat vielen nicht ganz so gefallen. Und deshalb wird man jetzt über kurz oder lang das ganze Feature wieder rausschmeißen. Gut so, weil ja, wenn ich einen Weg nachschauen möchte, möchte ich nicht wissen, dass ich mich zu wenig bewegt habe. Denke ich doch mal. Aber ja, gehen wir weiter. Ein Ding, was ich nie genutzt habe, die Web-Oberfläche vom Google-Kalender. Nie über, ist ein falscher Ausdruck. Neuen Kalender habe ich da darin erstellt, aber sonst nicht. Weil das Teil ist so unglaublich hässlich, also Google-typisch halt. Neu hat es jetzt ein neues Design bekommen, dieses Material-Design, was die Google-Dienste ansonsten so abgibt. Die ersten Kommentare sind wie immer relativ verhalten und oder gleich hässlich und so weiter. Für mich schaut er schon mal deutlich besser aus als der Vorgänger, aber immer halt noch Google-typisch. Mal schauen. Ich werde nochmals ein bisschen reinblicken. Wer den noch nicht hat, beim Cache gibt es einen Link im Beitrag. Das haben wir verlinkt bei uns natürlich in den Shownotes. Also den Beitrag, wo der Link drin ist. Da gibt es einen sogenannten Zauberlink, wie er das genannt hat. Dann bekommt ihr den Button, wo ihr dann aufs neue Design umstellen könnt. Wenn ihr ein neues Android-Smartphone euch zulegt, solltet ihr aktuell ein zusätzliches Backup anlegen. Sprich, nicht nur auf diese Google-eigene Backup-Geschichte setzen. Denn wie man jetzt im Web ganz vermehrt hört, ist, dass die Geschichte anscheinend teilweise funktioniert, teilweise nicht. Ziemlich unschön. Vor allem, wenn man dann ein neues Gerät hat und eigentlich direkt loslegen möchte und dann nicht kann, weil die ganzen Apps und SMS-Nachrichten etc. nicht auf das neue Gerät kommen. Deshalb macht mehr Backups. Gilt übrigens auch vor, zu dem Follow-Update von Microsoft, erst ein Backup machen, dann installieren. Besten Dank an den Bodensee-Kitchen. Der hat uns nämlich über Twitter eine News mitgeteilt, die viele freuen wird. Es gibt neue, oder es soll wahrscheinlich, die Gerüchte verdichten sich, in der nächsten Woche neue Apple-Pay-Länder geben. Nein, Deutschland und Österreich scheinen wieder nicht dabei zu sein. Am 24. Oktober sollen anscheinend Schweden, Dänemark und Finnland dazukommen. Na dann, viel Spass da oben beim Geld ausgeben und ich hoffe, ihr bekommt die eine oder andere Bank mehr, als wir hier in der Schweiz haben. Es gibt hier die wildesten Gerüchte um das iPhone X, was ja kommen wird in schon bald ein, zwei Wochen, zwei, drei, zwei, drei Wochen so circa. Anfang November ist ja soweit. Und da gibt es ja diverse Gerüchte, dass sich dank dem und dank dem und dank diesem Feature, das da drin ist, sich die Bauteile verzögern, nicht rechtzeitig in genügend Mengen kommen und oder zu viel Ausschussmaterial haben etc. Immer mehr sammeln sich aber auch positive Berichte von einzelnen Zulieferern, die sagen, dass sie in dem Dings drin sind, was sie angekündigt haben, sprich, dass die nötigen Massen kommen könnten. Laut der DigiTimes soll es soweit sein, dass bis zu Weihnachten die Nachfrage gestillt werden kann. Da bleibt zu hoffen, dass es denn wirklich so ist. Ab dem 27. Oktober könnt ihr ja das Ganze vorbestellen, respektive 2. 3. November wird dann das ja ausgeliefert. All denjenigen, die es eins möchten, viel Erfolg. Achim Jan, euch beiden natürlich auch. Dann gibt es einen kleinen Link für euch zum Anschauen. Eine Infografik. Zusammen mit Bloomberg hat iFixit eine interaktive Infografik erstellt, die euch zeigt, wie jedes iPhone seit dem ersten bis zum aktuellen ausschaut im Inneren. Jeweils ohne die Plus-Modelle. Sehr witzig und interessant, wie man sieht. Beim ersten noch so, ja, irgendwie in so einem Sack Metallku drin. Und dann wurde es dann doch ziemlich schnell anders und mehr strukturiert in dem Sinn. Gefällt mir diese Webseite. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie alle, wie dann das X von innen ausschaut. Das ist natürlich eine grosse Werbung für iFixit an der Stelle. Das war es jetzt eigentlich mit den ganzen Themen, die ich für euch mitgebracht habe. Ich hoffe, ich habe alles drauf. Ansonsten euch einen erfolgreichen Mittwoch. Macht was draus. Geniesst das Wetter noch. Nächste Woche will es umschlagen und kühl werden. Somit, wie gesagt, der Schnee kommt. Aber ja, in diesem Sinne. Besten Dank fürs Reinhören. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.